So wirst du kein Meister. Genau das würde ich einfach so unterschreiben, denn Borussia Dortmund, sie holen heute wieder nicht diese wichtigen drei Punkte gegen VfL Bochum, gegen einen Abstiegskandidaten. In einem Derby, da musst du den Dreier einfahren, wenn du einen Punkt Abstand auf Bayern München hast, fünf Spieltage vor Schluss. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn du so spielst, dann hast du auch es nicht verdient, Meister zu werden. Ganz ehrlich, weil das war heute wirklich nichts. Und man hat ja auch gemerkt, Borussia Dortmund, da hat heute wirklich was gefehlt. Man muss einfach, wenn man Meister in der Bundesliga werden will, vor dem FC Bayern München, dann musst du hier die wichtigen Punkte holen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil man heute keinen Dreier geholt hat, dann wird eben Bayern am Sonntag den Dreier holen. Da werden sie 5-0 gewinnen und dann sind sie wieder auf der 1 und ich glaube, dann werden sie sich diesen Sieg nicht nehmen lassen. Das zumindest ist meine Einschätzung zu diesem Thema und ich denke mal, so könnte man es auch interpretieren. Borussia Dortmund, die sind jetzt natürlich verunsichert, ob sie jetzt die nächsten Spiele gewinnen. Am letzten Spieltag, da trifft man auf Mainz, das musst du erstmal gewinnen. Wenn du gegen Bochum nicht gewinnen kannst, dann kannst du auch weitere Punkte in Mainz liegen lassen. Und es ist einfach nur peinlich, denn so wird es niemals einen neuen deutschen Meister geben, außer den FC Bayern München. Was sagt ihr zum Spiel? Ich bin gespannt bis dahin, Leute. Ciao.